Let's go! Sex Trigger, das heißt, wir würfeln wieder. Ist das ein Joker? Das heißt, ich muss noch einmal würfeln. Oh mein Gott! Die 1 für Rose. I love you, I love you, I love you. Habt ihr schon mal Rosen geschenkt bekommen, oder? Was sind eure Lieblingsblumen? Ich überlege gerade, was sind meine Lieblingsblumen? Hab ich Lieblingsblumen? Ich denke nach. Ich hab mal kurz Google gefragt. Ich mag wohl Chrysanthemen. Chrysanthemen. Die finde ich schön. Ich wusste bisher nie, dass die so heiß sind. Die halten lang.